euer schweine verpiss dich ja die ist ein bisschen schwul leicht blöd position ja ich glaube die kombination ist zwar geil habe ich glaube ich eine andere waffe weil die schuf nahkampf ist die geil aber sonst ja ja ich will auf die andere so herlocken hochspringen gute taktik der letzte ach so ja stimmt ja die halte noch parallele fähigkeit und explodiert was von scheiß ok oder für so kisten ist das ding bestimmt auch ach so kann man gar nicht das wird auch so ein kisten scheiße so wie flassen ok ich habe 13 das passt da ist nichts drin ok gut dann ich mal das nächste was jetzt so kommt so ja das ist wie gesagt eine waffe da kannst du kurz runtergehen gegner hertriggern abschießen und ja anlocken wenn alle fünf treffen macht sie gut damage dann ja das sind auch gerade mal lass mich rechner 12 mehr wie die andere 22 macht 40 kommst du ja kommst du ja kommst du hier hoch hier könntest du eventuell gehen noch einen stein oder so ok ich komm krieger ouch hier erwischt er mich hier nicht sehr gut ich habe den kriegern brauchst du so gut wie keinen schaden ja ich weiß es ja direkt hier hey bleib stehen juhu oh weißt du was ich laufe jetzt hier durch das einzige was ich hier sinnvoll machen kann klar du kommst ja schnell ins rocker modus weil mehrere treffe tust aber ja achtung hinter dir so gekillt den hund jetzt müssen wir jetzt ein bisschen action lasse ich hier kann sie buch ja gut ich betreff ja ich treffe an unter masse wenn sie direkt vor mir stehe ja wenigstens tust du da treffen soo und die explosion reißt halt der rieseloch bei der nenei ja aber gegen hirschkäfer würde mir jetzt eine dann lege gegen hirschkäfer würde ich mich jetzt äh wie viel brauchen wir noch zum level ab da drüben ist noch ein loot bei dir genau da kannst du auch aufheben kannst du deine waffe dann kaufen wir dann nachher den rest geben oder sowas aber zweihundert da bin ich eh schon überlegen ob ich lieber nicht eine andere waffe holt wenn ich mich natürlich fähig ja wobei ich habe dann eine andere götter fähigkeit da hinten sind keine räume mehr ne 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 da war ich dann schon so guckst du oder ne ja doch oh das wasserrad können wir hoch naja ich weiß nicht ob wir da hoch kommen doch waren wir doch schon das letzte mal hüpfen wir hoch ja aber von einer anderen stelle oder ja ja probier mal also ich glaube ich bin jetzt hier so reingebackt dass mir nix treffen kann aber ok ich glaube es ist ein krabben ratten oh ja ratten gehen ja ja mann ratten schnitzel ey das wärs jetzt ey ey nicht hier nicht mehr spawnen ja jeder kommt rein jeder kommt rein baby ja mehr ratten ich will mehr die scheiße ist du hast einfach durchgegstens noch action für mich ist es so todeslangweilig ja ich weiß nicht ich fühle mich so wie keine ahnung ja guck mal wie ich hier rumhüpfen muss um mich überhaupt was ausrichten zu können das fakt ja aber ich bin jetzt in smash warst dann einfach nur irgendwo zu stehen und zaubern ja ja und du hast da einfach 26 schaden und ja wenn ich direkt vor dem viel stehe 3 60 sogar ja standardmäßig mache ich 12 damage eigentlich ich tue grad die ganze zeit auf eine ratten die hat noch die hälfte vom leben oder sowas ok na gut scheiße ja juhu boom tot stirb ich jacke deine gedärme raus du Bastard jetzt brauche ich nur noch zwei pausen tu was für dein wohl krass ich sehe allein hier 5 achso echt ok gut dann blieb sich da 3 4 5 6 7 ähm so geiler sie hört sich ein immer wie so ein schrotgewehr oh es kommt noch mehr das gibt es doch nicht und ich mache halt so viel schaden mit 26 Schuss äh 6 schaden alter das werden die immer mehr ich bin eine waffe ja aber echt warte mal ich komme zu dir dann kann man sie triggern wenigstens nach hinten kommt noch eine ok oh es verreckt in Hölle man ich habe keinen Bock mehr auf eure Viecher da würde ich mir aber ehrlich gesagt lieber meine Dings wünschen jetzt komm her boom jetzt hab wegen dir ist jetzt die Götterfähigkeit ich kann sagen das ist grad echt scheiße egal was für eine Waffe ich hätte hauptsache ich hätte überhaupt eine Waffe ja ne ich bin jetzt auch froh wenn wir da shop finden dann kommen wir direkt schon was kaufen mal schauen was das denn jetzt schon stüppeln wir hier rum du das ist ja pervers das ist vor allem langweilig ja komm geh mal weiter manchmal man merkt das an meiner Stimmung ja ja warte kurz ich guck du bleibst ja gut ah 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 shop ja ich seh's ich seh's aber Verteidigung ist ja null ne ja gut ich werde eventuell sterben ne hoffen wirs mal net äh wobei bleiben mal bleiben mal bleiben mal können wir auf die Regale habe ich jetzt mal irgendwie drauf kommen glaube ich hui ne das war so net hui ne da kommt man net hoch da auch net ansonsten ins Wasser rein oder da hinten ins Eck da kommen sie nicht hin weil da müssen sie über Wasser gehen das tun sie net ok ich komm rein ok jep raten yay oder da hallo ratenversammlung und jetzt mögen wir diese ratten bitte einfach noch sterben ja vor allem da kommen immer so unendlich viele das ist so abnormal widerlich du kannst mich da gut rein halten auch du stehst irgendwie dumm ja ich bin gleich verpackt jetzt und du kannst mich mit deiner Waffe da rein halten mach halt einfach wirklich 26, 27 Schaden das ist so ja ja ein bisschen Wreck wär geil ein bisschen Wreck wär geil ein bisschen Wreck wär geil so beides wieder Fall so da vorne sind sie bei dir halt bleib doch mal zusammen ihr Mistviecher aua hat hat weh für die Kuh auf wenigstens kann man jetzt den Shop da kannst du gleich eine schöne Waffe kaufen deine Kreissäge wieder die sie aus Killing Floor geklaut haben vom Circa ne da freu ich mich auch schon die ganze Zeit weil ich dann auch mal mehr als 26 Schaden ja die reißt richtig Damage ist das Miststück ja hat man ja gesehen und ich spare mal dann äh 200 zusammen holen wir einfach jetzt mal die Mischgabel des Todes einfach so mein Schatz für der Loot wie hast denn du schon gespart äh 94 hab ich schon ja ja ich hab halt äh oh ich hab schon wieder Level ab oder warst du das das warst du oha welches Level bist denn du 10 hä und wann bin ich noch 9 ich hatte doch mehr äh ja wahrscheinlich wenn ich mal gekillt hab kommt das vielleicht auch her das könnte echt sein aber das wäre halt komisch ja weil davor war es auch nicht so oder weiß ich nicht vielleicht hat sich das geändert vielleicht dass das auch noch nicht gezogen wird das könnte man mir vorstellen das könnte ich mir vorstellen egal wie ich in den Shoppen kann vielleicht finde ich ja das Dildo des Todes jetzt oder sowas keine Ahnung aber hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Loot das ist schon mal gut und was hast du? beiß ich mir noch die Kugel gleich ich graß erstmal hier ab und dann so und dann guck mal in Ruhe und dann wenn wer noch irgendwas braucht dann passt das ja du hast hier drüben ja da warst du da unten auch schon da drüben war ich gut jetzt bin ich gespannt oh Kotkäppchen süß 2% Defense kostet 8 Gold ich weiß das hab ich auch ja die Herkunft ist ja zusammen genäht eine scheiß Kappe so so brauchst du noch Geld hast du was übrig? äh da bling da bling 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 das war's leer ok ja ich würde mal wenn er gerne eine Rüstung vielleicht kaufen 221 ist halt schon eine richtig perverse Hausnummer ich bin grad so begeistert ok dann komm ich mach's auch mit cooperate daheah warte 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 äh 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 wo waren das äh hey. follow me hier guck's ja ja äh fünf ne was fünf Welche Taste waren das? Keine Ahnung, F, Warcry? Hey, follow me! So, beim Glück kommt jetzt erstmal... Ne, äh... 8? Ne, 9 wars, 9. 9 ist Warcry. So, ich tendiere zu... Jab 1. Hm, passt. Geht eigentlich? Ich komm rein, ne? Ja, hier kommt man eventuell drauf. Ich guck gerade. Ah, Skelettkrieger. Und Ratten, ach cool, läuft. Schlampe! Ja, los, komm doch, hä? Seh keine Chance hier. Wow, Frame Drop. Das sind jetzt zu viele Gegner. Was machst du, Spielschlapp? Ich mach nicht mal Schaden, das ist so geil. Das ist echt geil. Wuhui! Wir können da erst Deck und laufe. Alter, ruckelt das. Wow, 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 Sauerei hier. Ich weiß, ich werde eingekesselt. Das muss aber grad Schaden... äh, das muss grad grad gute Kills gemacht haben. Ja. Lärst du gleich wieder mal in die Richtung? Ja, mach ich gleich. Ja, aber alter, wie das hier grad. Äh, halt. Wow, 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 wow. Wie das hier ruckelt. Übel. So, ich stehe ich mitten in der Horde. Ja, ist eigentlich schon eine geile Kombi so, weißt du? Die Waffe... Also, das ist schon geil ausgewählt zwischen der Götterfähigkeit und der Ding. Das ist halt schon mega. So... Oh! Irgendwas von, äh, komplett irgendwas hab ich gekriegt. Irgendwas hab ich gekriegt. Irgendwas hab ich irgendwas gekillt hab. Wuhui! Na, das war's nicht so. Nee. Ha! Aber das ist schon irgendwie geil. Wenn die weg... wenn sie wegfetzt. Aber du musst halt echt übelst auf Nahkampf gehen. Also, die ist beim... für Stagger ist die gar nix. Die kannst du dann in so'n beschissene Multiplayer nennen wir die Waffe. Äh, ja. Ich würd dann nochmal gleich gern kurz rüber gehen, mal klubschi klubschi machen, ne? Ja. Kannste. So war das Level Up, oder? Ja. Sehr schön. Bin ich mal gespannt. Frau, man kommt ne bessere Waffe. Kostet nur nochmal genauso viel. Nein! Nixen One. Ja. Oder Ebene 4. Ja, oder da. Da wird man eh wieder steinreich. Okay, gesund war ich. Das passt. Ist bei dir noch Loot? Nö. Bei dir? Nö. Nix. Nada. Nö. 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 Okay, erledigt. Ne, warte mal. Ich hab ja gar keinen Helm, der, der, der Wreckt. Haha. Scheiße. Wie viel hast du? 29. Ja, bringt's gar nicht. Nächste Ebene. So, ein Käst du. Du merkst mal, Kron kriegt noch scheiß Waffen. Nix. Mann, 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 du. Nix. 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 Nix.